jo was geht ab leute und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und ihr könnt es hier sehen leute ich habe extra gene auf 1000 trophäe noch mal gepusht um jetzt hier mit dem neuen skin zu spielen mit dem evil gene also zu zu kranker skin ich finde er sieht in der lobby schon sehr sehr krasse aus aber in game ihn zu spielen sieht auch mal viel viel krasse aus und ihr könnt euch einen sehen land ist auch am start was geht ab hi jo moin leute was geht er hat auf er hat auf jeden fall auch den skin sich natürlich gekauft steckt man mit kreativ oder ja auf jeden fall ja ja besser kreativ auf jeden fall also zu zu krass wird ein richtig geiles video wenn ich zu gefällt lasst auf jeden fall daumen nach oben da und jetzt gerne meinen kanal checkt auch gerne landi aus wenn er nicht kennt ich denke mal fast wieder hat lange schon abonniert und in diesem video gibt es auch was besonderes leute wie gesagt wenn ich so ein neues skins rauskommen habe ich auch gerne mal ein kleines gewinnspiel ist wie du könnt ihr zweimal 15 euro 1st oder google play oder paper gewinnt weil was sie dafür einfach machen ist müssen wir kanal abonnieren mir mein preis das account auf instagram ein erfolgen welche kurz einblenden und mit hashtag gewinnspiel kommentieren und mit eurem instagram namen leute ist ganz ganz easy wenn ihr mir wenn ihr mich schon abonniert habt müsste eigentlich gar nichts machen außer kommentieren leute so ganz ganz ich würde sagen leute wir machen vier bis fünf games mit dem neuen jeans gehen über tausend zu fehlen in du schauen damit landi ein extrem ist ein geiles video sagen wir sehen uns im ersten game bis gleich ok leute wir sind jetzt auf jeden fall im ersten game ihr könnt es natürlich auch sehen wir haben leider die kommt wechseln müssen weil wir einfach zwei kann ein bisschen zu wenig leben allgemein sehr kluge idee allgemein um roboter zu fahren weil spike zu viel schaden macht aber wir haben die kommt gechanged und ihr könnt einfach sehen leute hat schien es geht so zu krass aus im game zu zu krass okay das schrecklich kannst du mit gehören hat ich gesagt jetzt roboter spawn da auch ist die frage na das nicht chasen das auf safe gehen das auf selbst gehen wie gesagt leute jeans gehen zu zu kass die taktikste allgemein mit schienen pool zu laden dann leute ranzukommen und so weiter und mit der hier ist der power hilich landi auch ok na ich würde sagen go back go back wir wollen es nicht zu aktiv spielen sagen es sollten vielleicht das oberen team ein bisschen pushen ja da oben ist noch eine pam drin ok die check wird gepusht man schauen ja ja genau sehr gut sehr gut oh mein gott oh mein gott ja wie können uns die pushen zu oh mein gott die haben ein power up leute nie hat nicht mal einfach 0 power ups und die machen so auge btf man btf was ist bei denen falsch es braucht leute ist so fucking strong einfach immer noch zu krass okay aber warte mal ist auch hier unten ist ja ok sehr gut ja 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 lassen wohl lassen wohl dann haben wir zehn power ups leute sehr so gut sehr schön sehr schön leute zehn power ups let's go sieht endlich jetzt immer gut aus gefällt mir gefällt mir das mit spike war es echt schwierig weil wir beide hatten halt kaum hp war zwischen welches aber einfach auf safe so okay wir dürfen den roboter eigentlich bekommen ja sehr gut sehr sehr gut sehr gut let's go ja ich bin dabei so bisschen ein pool zu fahren und zu deutschen oh mein gott ja die zweite das war gecheckt am ende leute tut mir extrem leid das war wie geschmeid wert ist auch die bia zucklos überlebt das war ein bisschen gecheckt aber ihr könnt sehen leute haben leider ein paar games verloren weil wir zwei gespielt haben wir hatten einfach zu wenig api war eine gute überlegung aber ist egal leute ich würde sagen weiter geht es wir sehen uns im nächsten game bis gleich ok leute wir sind auf jeden fall zum zweiten game hier ja spielen weiterhin die kombi und check wie gesagt noch gerne beim gewinnspiel mit leute noch eine kleine erinnerung daran und leute das geht das geht einfach zu krass also sagt es noch mal aber in game sieht noch mal viel geiler aus als in der lobby landy holt auf jeden fall hier die kisten sehr sehr gut sehr gut ok es braucht natürlich wieder wie gesagt die spielen auf 1000 trophäen niveau also ich bin hier wirklich gegen die besten die waren auch noch team als klar kommen sollen die dunden pushen die wissen warte jetzt tage oh mein gott ist riskant tage dauern überlebst überlebst okay wir sind noch nicht okay haben wir die auseinander genommen zwölf power abs jetzt noch nicht mal ein roboter gekillt haben wir also ja okay jetzt ein roboter können die easy uns holen in der runde müssen jetzt diese platz 1 werden leute kommen kommen das darf ja allem ein leichter zu zu krank haben wir eben gespielt also zwei teams auseinander genommen sehr sehr als 15 power abs leute ich glaube dass tiki ja die hauen hier schon ab oder okay der dachl rollt weg nice die haben so respekt für uns die anderen wollten team lassen wir das andere team zuerst tun das ist baut und ja 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 ok lass noch ein roboter holen auf entspannt dieses gefühl wenn man einfach 18 power abs hat und jeden roboter easy farben kann wo sind die anderen wurst braut schade sport wurde zweiter unverdient ich wollte einfach team ok da geht auch in die zone wird sagen gg star für leute let's go wir sehen uns im nächsten game bis gleich ok leute wir sind auf jeden fall jetzt im nächsten game weiter geht es und jetzt go let's go kommen okay drei pops ok wieder ans vorten leute kannst es sehen ist echt schwierig hier jeder spielt sport ich bin natürlich noch zu einer top uhrzeit nur noch die ganzen drei hat spielen aber gut leute was soll man machen ist da unten ist vertrauen ok wo hier oben ist ein bull noch muss man ja noch uns wo die sind hier echt ein bisschen eingekäst zu gefühlt was soll die machen was sagst du ja kämpfen derzeit oh mein gott ok ok ich brauche halt einen guten grüßel oh jetzt was fast die hat alle pops bekommen ja echt anlage gefahren ich bin daneben gestanden ja ist da oben noch drei teams nee das ist wir müssen hoch wir müssen wir können nicht schreiten die kommen noch borte ab das gut lassen wir hier bleiben jetzt wird spannend leute jetzt wird spannend ein team wollen kann ja 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 warte mal wir müssen jetzt und wir müssen wir müssen das andere team pushen zu ja ok die kommen noch mal eine roboter oder ja es geht auch los man schon kein gadget mehr machen meine wurden trete omano man mies mies leute platz ok ich würde sagen wir machen jetzt noch zwei spiele hoffen ich könnte es noch zweimal plus bekommen kommen ganz ganz mies das game ok leute wir sind auf jeden fall jetzt nächsten game kommen leute jetzt noch zwei nice wins um hier das video zu beenden natürlich extrem extrem geil diesmal ist von mir auch das erste mal hier unten sind gar nicht gespawnt wtf also keine ahnung komplett ja naja wir haben drei boxen auf jeden fall da ist eine check die auch das ist so riskant go back go back ja ja probier vielleicht ab zu stauben als baut macht das schlau ist baut macht es echt schlau oh man es braucht macht es echt gut so kann man zweck oder da hat einen runden ist ja ja aber doch dass du nicht zu mir ist ja ne 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 ok dem jetzt sechs power ups die haben den baut bekommen hast du weißt ob ich so smart war wir haben drei pops ist auch ganz okay aber die sind halt neben uns wenn du uns pushen haben wir ein problem leute wenn wir ein team finden lassen wir auch endlich also wenn die jetzt nicht so hier oben ist halt gefährlich weil wir keine ahnung haben was hier ist so du zeigst uns wenn du immer rumschießt ja ich weiß ich weiß lass mal den bali holen oder bali max egal 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 halt pull ähm dauert noch dauert noch ich habe es die hälfte so schieß mal links rein hier ist die ja oh mein gott ja wir müssen erstmal wir sollten hier hier oben haben wir eigentlich eine gute oh da unten das team stimmt oh und jetzt okay pull war komplett gefällt aber ist okay okay ja ja lass wieder nach oben gehen das ist ein guter spot hier ja wir haben gut klubs jetzt ja und die feiten oh mein gott oh mein gott die feiten ja alle let's go let's go let's go okay okay das war nice war nice wir können auch ein roboter noch okay war der macht es gut aber nice sehr schön leute erster platz das war wir mal wirklich ein richtig neues game wir hatten keinen guten start zu wirklich an drei power ups die anderen haben uns den roboter gestohlen wir haben es wirklich geschafft das game noch komplett zu drehen erster platz zu werden es ist ein neues game ich würde sagen wir machen es noch ein finales game come on let's go okay leute wir sind auf jeden fall jetzt hoffentlich im finalen letzten game hoffentlich können jetzt hier erster platz werden und das video perfekt beenden natürlich zu nice mit dem neuen skin ok wir haben auch einen ganz guten start wir haben drei boxen zu wie es aussieht du kannst vielleicht probieren ihn mit zu gehen dann ja ich habe hier oben noch eine ok ok nice bei mir ist erstmal ein sport let's go ok wir haben vier boxen sehr schön sehr schön guter start leute gefällt mir ich glaube mittel ist weg ich glaube mittel ist weg das auf jeden fall noch ein sport hier unten aber diesen könnten eigentlich sprüchen hier sporten roboter ja ist aber halt riskant das mal so dass du hier ist ist immer noch da drin ja das war das so nervig mal wieder so Sprout, obwohl er gegen Roboter nicht besonders gut ist, um die zu killen, ist trotzdem so nervig auf der Map. Die haben 13 Cubes am Feinden. Oh mein Gott, die haben 13 Cubes. Und das nach ein paar Sekunden, nachdem wir das Game gestartet haben. Oh, die Amps, auch 13 Cubes. Die Pam ist noch da oben. Die macht 100 Zoll Spurschuss. Ja, ja, wir müssen mal den Support hier, also wir müssen, der ist so hart am Nerven. Kriegst du ihn, wenn er einen Bow bekommt, okay, Showdown, Leute, Showdown, okay, lass mal so spinnen und probieren die zu trollen, ich wollte die zu, ah, ne, ne, ne Leute, ich wollte die spinnen, um die ein bisschen zu trollen, dass sie auf Roboter gehen, aber, okay, Roboter spawnt, oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, 22, Oh mein Gott, Leute, da kann man echt jetzt machen, da kann man echt jetzt machen, okay, wir wollten hier nochmal zweiter Platz, Leute, sehr, sehr nice, ihr könnt ihr auf jeden Fall nochmal in Skins sehen, wirklich extrem ist ein geiler Skin, macht auf jeden Fall gerne noch beim Gewinnspiel mit, einfach mir meinem Instagram Account folgen, ähm, das Video, ähm, auf jeden Fall auch gerne einen Daumen nach oben geben, natürlich, aber müsst ihr natürlich nicht machen, einfach meinen Kanal abonnieren und mit Hashtag Gewinnspiel kommentieren und mit eurem Instagram. Würde mich auf jeden Fall freuen, viel Glück auf jeden Fall an alle, die mitmachen können, zweimal 15 Euro iTunes, Google Play oder Paypal gewinnen, um euch einen neuen Skin zu kaufen oder natürlich einen anderen Pulser Skin oder machen, was ihr damit wollt, einen Pulser Skin und so weiter, ich würde sagen, Leute, das war's für mein Video, ich hoffe, euch hat's gefallen, checkt gerne noch Landi ab, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt und ich würde sagen, ich bin raus, bis zum nächsten Video, Leute, haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal.